Listen to Science, der Wissenschafts-Podcast der Volkswagen Stiftung. Die Verantwortung der Wissenschaft in der Gesellschaft. Was heißt das? Und ich glaube, wir könnten mit einem ganz konkreten Beispiel anfangen, Johannes, dass du erzählst, was Wissenschaftskommunikation für das Museum für Naturkunde konkret bedeutet. Was macht ihr hier im Museum für Wissenschaftskommunikation? Die Naturkundemuseen der Leibniz-Gemeinschaft haben drei Aufgaben. Ihre Sammlung wissenschaftlich zu entwickeln als globale wissenschaftliche Infrastruktur, exzellente Forschung an dieser Sammlung zu betreiben und wissenschaftsgetriebene Kommunikation zu machen. Das heißt, unsere Haupthalle, unsere Ausstellung, die letztes Jahr über 800.000 Menschen begeistert haben für Wissenschaft, sind aufgrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aufgebaut. Die sind nicht dazu da, um irgendwelche Spiele zu machen oder pädagogisch zu arbeiten, sondern sie sind aufgrund neuester wissenschaftlicher Forschung unserer eigenen und auch der anderer Menschen aufgebaut, um Konzepte von Wissenschaft, aber auch die Faszination von Wissenschaft zu vermitteln. Und das ist eine Aufgabe, die sich die Wissenschaft generell stellen muss. Und exzellente Forschung und innovative Kommunikation müssen zwei Seiten einer Medaille werden. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von konkreten Beispielen, die du erzählen könntest. Nehmen wir mal das Beispiel Tristan. Ist das Wissenschaft? Ist das Marketing? Was ist das? Tristan ist ein Beispiel, wo man zeigen kann, dass alles miteinander zusammenhängt. Als das Angebot kam, dass wir den besterhaltendsten T-Rex nach Europa bekommen können, den ersten T-Rex nach Europa bekommen können, wurde uns ein sehr enger Zeitrahmen gegeben. Elf Monate zwischen Handschlag und Ausstellungseröffnung. Und das bedeutet, dass wir nicht, was wir normalerweise machen, Ergebnisse unserer Forschung in unsere Ausstellungen einfließen lassen können. Deswegen haben wir uns überlegt, wir arbeiten mit Fragen. Und das hat besonders gut funktioniert. Wir haben fünf wissenschaftliche Fragen, zu denen wir über Tristan kommunizieren. Das Objekt als solches einmalig, aber die Fragen, die dahinter stehen, zeigen, dass wir ein Forschungsinstitut sind. Und seitdem wissen die Feuilletons und die Titelseiten der Zeitungen, dass das Naturkundemuseum Forschung macht und nicht nur Ausstellung. Und das hat unseren Forschern und unseren Ausstellungsmachern, sowie auch dem Rest des Hauses, einen gewaltigen Schub gegeben. Und natürlich unsere Besucherzahlen mehr oder weniger verdoppelt. Herr Kröhl, jetzt hören Sie ein, Wissenschaftler so engagiert, so enthusiastisch über Wissenschaftskommunikation sprechen. Fast wünschte man sich, das sei der Normalfall. Ist es aber nicht, oder? Es wäre ja schlimm, wenn der Direktor eines Museums nicht Forschung und Erschließung und Vermitteln wirklich zusammen dächte. Ich glaube, dann müssten wir in Alarmstimmung verfallen. Aber worauf Sie anspielen, ist ja der Alltag im deutschen Universitätskontext, wo diese Verschraubung der verschiedenen Dinge von Lehre, Forschung, Wissenschaft und Öffentlichkeit nicht so selbstverständlich sind. Und da muss natürlich auch gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen der letzten Monate man sich fragen, was ist auch aus den Wissenschaftsorganisationen selbst heraus zu tun, aber auch worin liegt die Rolle einer wissenschaftsfördernden Stiftung, die ja nicht ein Operating Arm der Wissenschaft ist, sondern sich von vornherein als Partnerin der Wissenschaft versteht und insoweit sozusagen immer auch in eine Art Rolle des Dritten hineinkommt. Im Sinne des Ermöglichens von Diskursen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit aber nicht per se sozusagen selbst sich als Sprachrohr der Wissenschaft begreift wie etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die anderen Wissenschaftsorganisationen. Sie sprachen eben von einer Verschraubung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, die nicht überall selbstverständlich ist. Warum muss sie denn überhaupt selbstverständlich sein? Warum müssen denn Wissenschaft und Gesellschaft miteinander verschraubt sein? Erklären Sie das doch mal. Man könnte auch das Gegenteil behaupten. Naja, wir sind ja lange Zeit davon ausgegangen, dass es für eine Wissensgesellschaft völlig ausreicht, dass die Gesellschaft als solche die Wissenschaft unterstützt und für jedermann klar sein muss, dass eine solche auch gerade wie die deutsche sehr stark exportorientierte Wirtschaft unbedingt eine wirklich hervorragende Wissenschaft als Substrat braucht, um überhaupt auch entsprechend konkurrenzfähig zu bleiben. Was lange Zeit vernachlässigt wurde, ist das Umgekehrte, nämlich dass sozusagen auch Wissenschaftsgesellschaft braucht, in dem Sinne, dass sie sich mit dieser Gesellschaft auch in enger Verzahnung auseinandersetzen muss, dass sie auch Beiträge leisten muss zum Erkenntnisfortschritt und damit auch natürlich zur Weiterentwicklung. Und nur wenn dieses beides zusammenkommt, werden wir auch auf lange Sicht das, was derzeit so unter dem Schlagwort Vertrauenskrise der Wissenschaft und anderen diskutiert wird, wirklich so ausgestalten können, dass daraus ein wirklich durch und durch partnerschaftliches Verhältnis wird. Im Moment haben wir ja es vor allem damit zu tun, dass nicht nur gegenüber der Wissenschaft, sondern gegenüber vielen anderen ein Grundmisstrauen gegenüber Eliten in dieser Gesellschaft vorherrscht und nicht nur in der deutschen Gesellschaft. Wir könnten einmal quer durch Europa gehen oder, ich bin ja gerade in den USA gewesen, dort erleben Sie das Gleiche, dass überall sozusagen sich ein Misstrauen herausbildet gegenüber dem, was von den Eliten an Positionen vertreten wird. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt unter dem Stichwort Wissenschaftsfeindlichkeit verorten, aber gleichwohl unter dem Schlagwort sozusagen des Auseinanderfallens der Gesellschaft in verschiedene Öffentlichkeiten. Und wenn wir die nicht wieder zusammendenken, dann haben wir, glaube ich, da auf lange Sicht ein Problem. Im Moment geht es mir in erster Linie um vorbeugendes Nachdenken und um Handeln im Sinne genau dieser Ziele, die wir eben beschrieben haben. Sie sagen das so, dass es ein Misstrauen gegenüber der Wissenschaft gibt. Johannes Vogel, wenn man sich anschaut, so die Umfragen, zum Beispiel von Wissenschaft und Dialog und anderen, die Deutschen sind doch eigentlich begeistert von Wissenschaft und sind doch eigentlich mit einem oder geben der Wissenschaft einen großen Vertrauensvorschuss. Ist das vielleicht ein Problem, was es in anderen Ländern geben mag, was es sehr speziell in den USA gerade gibt, aber bei uns nicht? Die Zahlen sehen doch eigentlich gut aus. Die Zahlen sehen seit langem gut aus. Die Zahlen sagen nämlich, dass zwei Drittel der Bevölkerung großes Interesse daran haben, mit Wissenschaft in Berührung zu kommen. Die Zahlen sagen aber auch, dass zwei Drittel der Bevölkerung nicht wissen, wo sie sich dieses Wissen abholen können. Das heißt also, was Herr Kohl schon gesagt hat, die Bringschuld liegt bei den Wissenschaftlern, sich zu überlegen, wie sie in Bezug auf die Bevölkerung als Rezipient kommunizieren müssen, um die Leute dort abzuholen, wo sie mit ihrem Wissen sind. Ein Hunger für Wissenschaft ist da, wir befriedigen den aber nicht. Und nur Wissenschaftler können das authentisch. Wir haben in Deutschland eine einmalige Situation. Wir haben 250 Fachhochschulen, 150 Universitäten, hunderte von außeruniversitären Forschungseinrichtungen überall situiert in der Landschaft Deutschlands. Wenn die sich dort arrangieren würden, wo sie sind, um mit der Bevölkerung in Kommunikation zu Wissenschaft zu kommen, könnten wir flächendeckend Wissenschaft und Gesellschaft neu miteinander vernetzen. Trotzdem noch mal nachgefragt, die Wissenschaft in Deutschland scheint diese Krise nicht zu empfinden. Wenn wir uns anschauen, Herr Kohl, es gibt verschiedene Fördermechanismen, wo die Wissenschaft zum Beispiel auch von ihrer Stiftung angeboten bekommt, über ihre Projekte, geförderten Projekte zu kommunizieren. Kaum ein Projekt nimmt das wahr. Wenige Projekte nehmen diese Möglichkeit wahr. Wenn wir uns anschauen, wie viele Wissenschaftler tatsächlich diesen Weg in die Öffentlichkeit suchen freiwillig, sind es immer dieselben. Da scheint doch kein Druck da zu sein. Naja, die letzten Zahlen sind ja auch für Deutschland nicht ganz so positiv, wie sie gemeinhin gesehen wurden. Auch bei uns ist der Anteil derjenigen, die ein Misstrauen gegenüber wissenschaftlicher Expertise zum Ausdruck bringen, in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Es ist richtig, wie Herr Vogel sagte, zwei Drittel sind weiterhin der Meinung, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den angesehensten und verlässlichsten Personen zählen. Aber der Anstieg von Misstrauen, der sich ja in besonders auch den rechtspopulistischen Kreisen breitmacht und bis hin zu diesen Sprüchen, wer braucht einen Experten, ist ja ganz deutlich das Signal da, auch für die Wissenschaft. Ich glaube, der Kernpunkt liegt für uns darin, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer noch davon ausgehen, dafür haben wir doch die Wissenschaftsjournalisten. Die sind doch die Übersetzerinnen und Übersetzer, die sollen doch gefälligst dafür sorgen, dass auch Lieschen Müller versteht, worum ich hier im Einzelnen mich kümmere. Ist das falsch? Die Wissenschaftsjournalisten haben hier zweifellos eine ganz, ganz wesentliche Funktion, aber sie sind doch nicht die bloßen Sprachrohre der Wissenschaft. Ich glaube, das wäre ein Missverständnis. Wissenschaftsjournalisten sind zugleich auch kritische Beobachter und Begleiter dessen, was im Wissenschaftsprozess sich tut. Das große Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass dieses authentische Kommunizieren als Forscherinnen und Forscher eben nicht selbstverständlich ist oder sogar nach dem Motto, die einen machen gute Wissenschaft, die anderen reden für einen Marktplatz, diskreditiert wird. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo noch nicht begriffen wird, und das gilt auch für die von uns geförderten Projekte bei dem von Ihnen angesprochenen Angebot, das wir machen, dass wirklich die Forscherinnen sehen, dass dieses authentische Kommunizieren und das sich verständlich machen mit Blick auf die Sinnhaftigkeit dessen, was man erforscht, dass das nicht unbedingt als Kernaufgabe gesehen wird und auch nach wie vor in den indikatorgesteuerten Systemen unserer Hochschulen gar nicht abgebildet wird. Das heißt also, wenn ich mich da stark engagiere, kriege ich unter Umständen vom Dekan oder vom Rektorat gesagt, du setzt die falschen Akzente. Angesichts dessen, dass dieser Druck bisher offenbar nicht so groß, der empfundene Druck so groß ist, müssen wir ja fast froh sein über die weltweite Wissenschaftsskepsis, die jetzt auch nach Deutschland zumindest medial geschwappt ist, weil das den einen oder anderen aufgeweckt hat. Da müssen wir eigentlich Herrn Trump Dankeschön sagen, oder Johannes Vogel? Ich glaube, dass noch zwei Aspekte dazukommen. Das eine ist, dass ich glaube, dass es eine Veränderung in der Wahrnehmung von Wissenschaftlern über ihre Rolle gibt und ich glaube, dass es hier sich ein bisschen noch um ein Generationenproblem handelt. Viele der jungen Leute, die jetzt hier an dieses Museum kommen, haben überhaupt keine Probleme mehr damit, Wissenschaftskommunikation als Teil ihrer Aufgabe zu sehen. Ich beobachte das auch an Universitäten. Ich habe das auch in Großbritannien schon beobachtet, dass es da einfach einen Generationenwechsel jetzt gibt. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bereit wären, sich für Wissenschaftskommunikation als Teil ihrer Aufgabe zu engagieren, die das nicht als einen Gegensatz sehen. Aber dazu, und das wäre eben eine Sache, wo vielleicht auch die Volkswagen-Stiftung eingreifen könnte, glaube ich, brauchen wir so etwas wie Schools of Public Engagement. Wir brauchen Orte, und dieses Museum böte sich zum Beispiel als eines von mehreren an, wo wir Leute trainieren, mit realistischen Szenarien, Wissenschaftskommunikation für sich zu erleben, begreifbar zu machen und zu sehen, wie einfach es eigentlich ist, wenn man es geübt hat. Also die These wäre, die jungen Leute, die nachwachsende Forschergeneration ist dazu eigentlich bereit. Jetzt müssen wir ihnen auch die Möglichkeit geben, es zu lernen. Herr Krüll, ist das so, es gibt auch Leute, die sagen, dass mit dem Generationeneffekt wird meistens überschätzt, weil auch junge Leute irgendwann älter werden und dann nicht mehr ganz so begeistert sind von den Dingen, von denen sie waren, als sie jung waren. Nicht nur das, sondern auch viele junge Leute mit Blick auf ihre Karriere ständig den Rat bekommen, sich nicht an der falschen Stelle zu engagieren. Aber wir haben, glaube ich, ein ganz großes Problem damit, dass sich grundlegend die Asymmetrie zwischen dem Forscher oder der Forscherin auf der einen Seite und dem Laien auf der anderen Seite nicht wirklich abbildet, in dem, welche Interaktionsformen wir wählen. Und daraus kommt natürlich auch die Situation, dass man im Wesentlichen zu den bereits Überzeugten predigt und nicht so sehr die anderen überhaupt erreicht. Und ich bin ja gerade in den USA gewesen und ich kann Ihnen nur sagen, es hat sich das Gleiche bestätigt wie schon im Frühjahr. Die meisten Menschen in den Elite-Institutionen, ob es nun Harvard ist oder Washington University oder andere, sind konsterniert darüber, dass sie die Personen, die sich so vehement im rechtsradikalen Lager engagieren, überhaupt nicht kennen, dass sie keinen einzigen von diesen Leuten jemals getroffen haben. Das heißt, wir haben ja auch eine soziale Spaltung in der Gesellschaft, die genau das wiederum nochmal perpetuiert. Und hinzu kommt natürlich für viele Fachgebiete inzwischen, gerade auch der Naturwissenschaften, das ja nur noch auf Englisch publiziert wird. Das heißt, auch im Deutschen, etwa in der Molekularbiologie, in vergleichbaren Fächern, gar keine Begriffsbildung mehr stattfindet und von daher die Situation nochmal doppelt kompliziert wird, denn es müssen erst wieder entsprechende analoge Dinge überhaupt kommunizierbar werden. Und dazu ist natürlich wichtig zu sagen, obwohl das bei einem Teil der Antragsteller auch durchaus belächelt wird, wenn wir von den jüngeren Wissenschaftlern, wie bei den Freigeist-Fellowships verlangen, dass sie neben ihrem Antrag, der dann natürlich auf Englisch ist, weil der auch international begutachtbar sein soll, einen Zeitungsartikel auf Deutsch entwerfen. Und das wird schon wieder eher so gesehen, naja, das ist so putzig, aber eigentlich ist es doch nicht das, was wir tun müssen. Und da, glaube ich, muss man nochmal ansetzen, dass man nachdenkt darüber, was habe ich über meine engere Forschungsperspektive hinaus eigentlich für ein Standing, wenn ich so will, als Teil der Zivilgesellschaft, als Staatsbürger dieses Landes. Im Grunde ist doch das, was Sie gerade beschrieben haben, relativ desillusionierend. Wir haben also ein Wissenschaftssystem, was nach bestimmten Regeln funktioniert. Das heißt, es geht darum, dass junge Wissenschaftler, die erfolgreich sein wollen, sich nach den Regeln des Wissenschaftsbetriebs richten. Dazu gehört alles Mögliche, hier publizieren, auf Englisch publizieren, den Fachdialog prägen. Und wenn ich mich als junger Wissenschaftler für eine Öffentlichkeit stark mache, mit der Öffentlichkeit mich austausche, dann ist das so ein bisschen mein Privatvergnügen. Es gibt die entsprechenden Anreize nicht. Das heißt, eigentlich können wir jetzt eine Stunde lang darüber sprechen, aber das Kernproblem hat auch nichts damit zu tun, ob die jungen Leute wollen oder nicht. Das Kernproblem ist auch die Wissenschaft selbst, Herr Kröhm. Naja, das Problem ist, wie wir institutionell Autonomie von Wissenschaft verstehen und wie wir sie heute leben. Und da kann ich natürlich auf mein vor ein paar Monaten erschienenes Buch verweisen, die vermessene Universität, wo genau dieser Umstand beschrieben wird, dass ein Großteil der Spielräume, die die Wissenschaft im Prinzip von dem Regelwerk her bekommen hat, wieder verloren gehen, weil solche Vermessungen stattfinden, in allen Bereichen, die dazu führen, dass nur noch bestimmte Indikatoren zählen und dass nur noch bestimmte Gepflogenheiten von Publikationen überhaupt zählen. Das heißt, die Artikel in englischsprachigen Zeitschriften zum Maß aller Dinge erklärt werden und der Impact-Faktor und der Zitationsfaktor sozusagen dominiert. Und wenn ich da nicht gegensteuere, und das ist ja mein Plädoyer, ich muss den Mut haben zu sagen, Leute, es gibt auch noch andere Aufgaben und die Kernaufgabe einer Universität ist nicht, und dafür würden sich auch die Steuermittel übrigens nicht rechtfertigen, Artikel, die eine Million pro Seite kosten, hervorzubringen, sondern vor allem die kommende Generation von Führungskräften für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft heranzubilden und darüber hinaus sich gegenüber der Gesellschaft auch erklären zu können in dem, was man sinnhafterweise tut. Und genau da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Johannes Vogel, aber wie kommen wir jetzt da raus? Du bist ja auch unter anderem als Berater der Europäischen Kommission im Bereich Open Science unterwegs. Wie ändern wir die Mechanismen? Eine Sache, die wir uns hier als Museum zur Aufgabe gemacht haben, ist, zu zeigen, dass innerhalb einer Organisation exzellente Forschung und innovative Kommunikation sich gegenseitig unterstützen und zu besseren Leistungen führen. Und nicht widersprechen, wie es meistens heißt. Nicht widersprechen, sondern sich sogar positiv beeinflussen. Kannst du das konkret machen? Jetzt ist die Frage, stimmt das? Wir sind 2012 evaluiert worden international und sind zu dem Zeitpunkt, das ist auch der Zeitpunkt gewesen, wo ich angefangen habe, als sehr gut bis exzellent bewertet worden. Wir haben jetzt die letzten fünf Jahre unseres Tuns analysieren können. In dieser Zeit haben wir durch die großzügigen Mittel des Aufwuchses 15 Prozent mehr Personal anstellen können. Wir haben aber grundsätzlich einen Generationenwechsel durchführen können in großen Teilen dieses Hauses. Das hat Folgendes bewirkt. Kompetitiv eingeworbene Drittmittel auf Ausgabenbasis um 40 Prozent hoch, Qualität der Forschung und Qualität der Forschung um 50 Prozent hoch, jetzt 86 Prozent First- und Second-Quartile-Artikel. Besucherzahlen 75 Prozent hoch, Menschen in strukturierten Bildungs- und Dialogprozessen auch Steigerung um 50 Prozent. Das heißt, durch den Generationenwechsel und ein bisschen Aufwuchs von Mitteln, aber auch dem Haus klarmachend, dass Kommunikation und Exzellenz zusammen gedacht werden muss, sind disproportionale Steigerungen sowohl in der Exzellenz der Forschung wie auch in der Quantität und Qualität der Wissenschaftskommunikation eingetreten. Ich vergleiche das ein bisschen auch mit Frauenförderung. Frauenförderung ist Chefsache. Die Ausrichtung einer Wissenschaftsorganisation ist Chefsache. Man selber setzt die Schwerpunkte und die Gewichtungen und gibt den Ansporn und schafft die Freiräume, in denen sich Organisationen entwickeln können. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für das deutsche Wissenschaftssystem jetzt, sich über die Ansprüche, die an die Führungspersonen gerichtet werden, Gedanken zu machen. Das heißt aber, wenn du das so formulierst, alle Chefs in unseren Wissenschaftsorganisationen wissen ja schon genau, was sie sagen müssen zum Thema Wissenschaftskommunikation und Verschränkung von Gesellschaft und Wissenschaft, in den Reden passt das alles. Wenn sich aber gleichzeitig die beschriebenen Rahmenbedingungen noch nicht geändert haben, heißt das, die meinen das nicht wirklich ernst. Stimmt das? Die Mehrheit meint das nicht wirklich ernst. Sonst würden sie ja was ändern. Ich glaube, dass es der Mehrheit an Beispielen fehlt, dass es funktioniert. Man gehört immer davon, dass das Ganze sich als Gegensatz darstellt, nicht als negatives Feedback-Loop, nicht als positives Feedback-Loop. Also denen fehlt die Fantasie? Es fehlt die Fantasie, es fehlen die Beispiele und es fehlt vielleicht auch die Ausbildung in diesem Rahmen zu machen. Wie du weißt, ich bin in Großbritannien wissenschaftlich sozialisiert worden und da war Wissenschaft und Kommunikation, waren zwei sehr, sehr wichtige Teile. Und ich denke, die Leute, die jetzt kommen, die neu reinkommen, viele ja auch aus dem angelsächsischen Ausland, die wollen kommunizieren und die Wissenschaftsorganisationen müssen sich so ausrichten, dass es diesen Leuten möglich wird. Herr Kröp, bleiben wir einen Augenblick bei den Reden, bei den Symbolhandlungen. Wir hatten im März den March of Science. Alle, sprichwörtlich alle Chefs der großen Wissenschaftsorganisationen, der großen Universitäten, waren dabei in unterschiedlichen Standorten. Es war fast schon so, dass man eine Strichliste führen konnte, wer nicht da war. Haben da alle ihren Auftritt gemacht, auch auf den Fotos, oft in der ersten Reihe, wo man sich fragt, ob das jetzt richtig ist, aber waren sie alle in der ersten Reihe. Viele haben den Eindruck, damit haben sie ihr Soll erfüllt. Haben sie das? Naja, viele haben sich in letzter Minute dem Ganzen angeschlossen und sich dann in die erste Reihe gestellt. Aus meiner Sicht ist das Teil dessen, was man so unter dem Schlagwort Eventkultur an der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit betrachten kann. Die Nächte des Wissens quer durch die Republik, einzelne Abendveranstaltungen in Universitäten oder auch entsprechende Formate, die in den Bierkneipen stattfinden. Das heißt, wir haben eine Reihe von solchen Dingen, die aber alle mehr so, sagen wir mal, gut für die entsprechenden Fotos oder Filmchen geeignet sind. Aber die Substanz setzt ja ganz woanders an. Und die beginnt ja im Grunde schon bei dem, wofür Herr Vogel ja auch steht. Aber ich war ja Vorsitzender der Jury hier des Bundesforschungsministeriums für die Citizen-Science-Projekte. Also wo kann ich auch, und das ist ja das, was wichtig ist, wie ich vorhin schon deutlich gemacht habe, diese Asymmetrie des wissenden Forschers und des armen Laien, der dann belehrt werden soll, ist ja schon ein Ansatz, der meistens schief geht und nur selten überhaupt sozusagen wirklich die Interessensebenen auch vernünftig vermittelt. Die Frage, wie kann ich mich mit Blick auf die Forschungsprozesse öffnen, also im Forschungsalltag auch tatsächlich transparent machen, wie Ergebnisse erzielt werden, wie kann ich da, wo es sich anbietet, wie beispielsweise hier ja auch am Naturkundemuseum mit Projekten, die wiederum die Berliner Bürger mit ihren Smartphones mit mobilisieren, um ganz bestimmte Kartierungen vorzunehmen, wie kann ich so etwas sozusagen dann eben auch an Leute herantragen, die nicht per se schon die großen Birdwatcher sind. Also Mobilisierung durch Interaktion, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Das Stichwort Asymmetrie. Wenn wir uns anschauen, wie die Argumentation beim March of Science war, dann war die so, das sind diejenigen, die haben die alternativen Fakten, wir haben die Fakten. Viele sehen die Botschaft des March of Science mittlerweile ziemlich kritisch, weil sie sagen, da wäre im Grunde eine neue Überhöhung des Positivismus gewesen. Das heißt, wir Wissenschaftler haben die Wahrheit, ihr da draußen nicht. Die Frage ist, ob eventuell durch diesen March of Science diese Asymmetrie zwischen denjenigen, die auf der guten Seite der Wissenschaft stehen und den anderen in der Gesellschaft sogar noch verstärkt worden ist, Johannes Huge. Die Wissenschaft muss sich ganz deutlich überlegen, dass Kosten auf sie zukommen, wenn sie sich der Gesellschaft gegenüber öffnen will. Man kann das über Eventkulturen, wie Herr Krul schon sagt, abfeiern. Das ist billig. Ich habe da gute Zahlen aus Großbritannien, die auch ungefähr demonstrieren, was das bedeutet. Wir haben ein riesiges Citizen Science-Public-Engagement-Projekt durchgeführt mit einem Rahmen von 17 Millionen Pfund, haben damit 850.000 Menschen erreicht in Großbritannien in drei Jahren. Das heißt, pro Person hat das 20 Pfund gekostet. Das ist preiswert. Das ist aber nicht nachhaltig. Wir haben ein anderes Projekt durchgeführt, wo wir 200 Leute geschult haben, selbstständig, qualitativ und quantitativ wissenschaftlich zu arbeiten und andere zu trainieren. Das hat auch drei Jahre gedauert. Dafür haben wir 2000 Pfund pro Person investieren müssen. Das ist der Faktor 100, der hier eine Rolle spielt. Und das bedeutet, dass wenn man die Bevölkerung mitnehmen will auf die spannendste Reise der Welt, nämlich Wissenschaft, dann müssen wir höchstwahrscheinlich 5, 10 Prozent des gesamten Wissenschaftsetats investieren, Ausbildungsstrukturen für Menschen schaffen, neue Jobs für Menschen schaffen. Wenn man sich das Hightech-Forum anguckt, wo Herr Kohl ja auch eine bedeutende Rolle gespielt hat, wo gesagt wird, Digitalisierung, Biologisierung und Partizipation sind drei der vier Herausforderungen. Das schreit doch eigentlich danach, sich zu überlegen, wie die Finanzströme umgedacht werden müssen, um sich diesen Herausforderungen, nämlich Wissenschaft und Gesellschaft miteinander, besser in Kommunikation zu bringen, zu überlegen. Und zwar jetzt, weil die Zukunft muss durch wissenschaftliche und gesellschaftliche Lösungen gemeinsam erarbeitet werden und wir müssen jetzt die Bedingungen dafür schaffen. Gute Antwort, aber nicht direkt auf meine Frage. Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Rolle des Science of March, äh March for Science. March for Science. March for Science. Was hat der für eine Bedeutung gehabt im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Kaum eine. Er ist doch schon wieder verpufft. Es geht darum, Entschuldigung, man muss sich alles im Leben erarbeiten. Das heißt, dieses Museum macht dreimal in der Woche strukturierte Veranstaltungen. Wir machen das jede Woche. Nur so baut man langfristig nachhaltig Vertrauen ein. Und dafür geben wir viel Geld aus und dafür geben unsere Wissenschaftler ihre Authentizität und ihre Zeit. Das geht nicht mit einem One-Off-Event. Ich würde gerne doch mal deutlich machen, der March for Science war aus meiner Sicht nicht in erster Linie unter dem Aspekt Wissenschaftskommunikation angelegt, sondern er war ja in Deutschland, in den Orten, wo ich jedenfalls sozusagen mit im Gespräch war oder in Göttingen, wo ich mit dabei war. Er war ja vor allem von Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern initiiert und wurde dann nach und nach von Marx-Planck, Universitäten und anderen sozusagen auch im Sinne dessen, wer redet dann am Schluss, dann sehr stark überlagert. Aber die Hauptbotschaft war ja von vielen der aus dem Ausland kommenden Personen, die in Deutschland den March for Science überhaupt in Gang gesetzt haben, dass man aus Solidarität mit den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen sich vor dem Hintergrund der ganzen Debatte um Fake News und um diese, sagen wir mal wirklich ja auch zum Teil wissenschaftsfeindlichen Äußerungen des Präsidentschaftskandidaten und dann auch des Präsidenten, der ja auch sogar relativ früh schon versucht war, die ganzen Arts- und Humanities-Förderungen mal mit einem Federstrich aus der Welt zu schaffen und ähnliches. Das heißt, es war ja eigentlich ein Aufstand gegen die Tendenzen, die sich in Washington mit der neuen Administration abzeichneten. Und ich habe das eher so gesehen. Wir sollten hier auch ein Zeichen setzen, dass wir da durchaus solidarisch sind mit den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen. Und das andere war aus meiner Sicht die zentrale Botschaft, wir sollten hier proaktiver agieren. Wir sollten sozusagen von uns aus mehr tun. Nun, allerdings, da würde ich Herrn Vogel recht geben, mittlerweile hat man den Eindruck, man hat sich jetzt damit beruhigt, dass das einmal stattgefunden hat. Und die Wahrnehmung ist im Moment nicht, dass wir in Deutschland tatsächlich ein wirkliches Problem, zumindest an den rechten Rändern der Gesellschaft haben. Und ich glaube, ich hoffe nicht, dass die Bundestagswahl da erschreckende Ergebnisse bringt, aber ich glaube, das Ergebnis, was jetzt im Moment prognostiziert wird, würde mir schon ausreichen, zu sagen, wir müssen hier etwas tun, um die Echokammern, um die entsprechenden internetbasierten Netzwerke sozusagen irgendwo auch nochmal aufzubrechen und neue Argumentationsfelder finden, auf denen man sich überhaupt wieder begegnen kann. Wir haben gesprochen über die Gesetzmäßigkeiten für Wissenschaftlerkarrieren, dass eben an vielen Stellen Kommunikation sich noch nicht wirklich bezahlt macht. Wenn wir uns anschauen, wie unser Wissenschaftssystem finanziert, das könnte man eigentlich eine Analogie erkennen. Es lohnt sich, Wissenschaftskommunikation zu machen. Das ist eine These von mir, zu denen würde ich gerne Ihre Antworten wissen. Es lohnt sich, Wissenschaftskommunikation für politische Eliten zu machen. Weil diejenigen sind, die darüber entscheiden, wo das Geld hingeht. Es lohnt sich nicht, aus Sicht von Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen, eine Wissenschaftskommunikation zu die breite Öffentlichkeit zu machen, weil die gibt nicht das Geld, die Politik gibt das Geld. Soweit meine These. Insofern die These, Wissenschaftskommunikation richtet sich in den meisten Fällen an die sogenannten Zuwendungsgeber. Johannes. Oder wie auch immer. Das ist aus meiner Sicht ganz klar, das haben Sie auch schon mal in einem Artikel analysiert, mit, dass die ganzen Broschüren die Art, wie sozusagen Pressemitteilungen verfasst werden, auf die entsprechenden Verantwortlichen in Bund und Ländern und in den Parlamenten zielen und sozusagen in erster Linie dafür sorgen sollen, dass jeder erkennt, dass die was Gutes tun und deshalb noch mehr gefördert werden müssen. Da gibt es, glaube ich, gar kein Vertrauen. Das ist doch schlimm. Also, wie kommen wir da? Nein, 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 Moment. Es ist ja für, also die Armen, will ich jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen sehen, die armen Wissenschaftsorganisationen müssen ja in dieser Art Lobbyarbeit machen. Damit zum Beispiel Herr Vogel die Zuwächse, von denen er gesprochen hat, seinerseits auch bekommt oder damit die Max-Planck-Gesellschaft auch entsprechend neue Institute realisieren kann. Ich finde, der Teil ist durchaus okay. Nur, das ist was völlig anderes als Wissenschaftskommunikation, wie wir sie bisher hier besprochen haben. Das ist im Grunde sozusagen Interessenvertretung. Interessenvertretung gegenüber der Politik, gegenüber der Wirtschaft ist alles aus meiner Sicht völlig okay, auch über die Gremien, die man ja schafft, die man auch zum Teil so darstellt, als würde ein Kuratorium eines Max-Planck-Instituts oder vergleichbare Einrichtungen jetzt irgendwie die Gesellschaft einbinden. Das ist natürlich wirklich die Elite unter sich. Das muss man ganz klar sehen. Also das ist nicht das Vehikel, das ich sehen würde als zukunftsträchtig, um tatsächlich auch andere Gruppen, die bisher nicht mit Forschung in engeren Sinne in Berührung kommen, überhaupt zu erreichen. Aber die Frage ist, ob wir der Meinung sind, das sei schon hinreichend. Genau, das ist bei weitem nicht genug. Wissenschaft muss sich in einer Triangulation oder noch weiter sehen. Natürlich ist es wichtig, und das ist ja auch der Erfolg des deutschen Wissenschaftssystems, sich mit der Politik zu verständigen. Deutschland als Wissenschafts- und Technologienation muss in dem Rahmen und funktioniert ja auch, wird ja auch international als ein Erfolgsmodell anerkannt. Das kann aber nicht dazu führen, dass man glaubt, dass man damit genug getan hat. Weil am Ende entscheidet die Gesellschaft, entscheiden gesellschaftliche Strömungen, wie die Politik sich auch der Wissenschaft stellen wird. Und selbst wenn es nur 12 Prozent für die AfD werden, das ist schon ziemlich hoch und wird die Diskurse um Wissenschaft mittelfristig höchstwahrscheinlich in eine Richtung lenken. die wir nicht wollen. Und es liegt an uns, uns zu verändern, um mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Wir können nicht davon erwarten, dass die Gesellschaft oder der AfD-Wähler sich verändert, nur weil wir das gerne so hätten. Wir müssen daran arbeiten. Und dafür müssen wir meiner Ansicht nach auch befähigt werden. Und es müssen Finanzströme in der Wissenschaft umgelenkt werden. Also Wissenschaftskommunikation im engeren Sinne muss was völlig anderes sein, als missionieren zu wollen. Ja. Missionieren kann ich da machen, wo ich Entscheidungsträger beeinflussen will oder wo ich sage, die und die Gruppen müssen unbedingt gewonnen werden. Aber in den anderen Fällen gehört ja dazu wirklich eine dialogische und interaktive Form, damit überhaupt so etwas wie ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden kann. Und das heißt ja auch, auch als Forscherin oder Forscher muss ich zuhören können und nicht nur predigen können. Und genau dieses sozusagen neu zu entwickeln, ist glücklich eine Herausforderung, vor der wir in vielen Bereichen stehen, wo nach meinem Dafürhalten auch dritte Akteure, Stiftungen habe ich ja schon genannt, aber zum Beispiel wir haben auch sehr positive Erfahrungen damit gemacht, dass Künstlerinnen und Künstler in solche Interaktionen mit eintreten und das Spielfeld einfach ganz anders eröffnen, als wenn nur eine Eins-zu-eins-Situation zwischen Wissenschaftler und interessiertem Laien entsteht. Vielleicht nehmen wir noch mal ein weiteres konkretes Beispiel hinzu. Das Schlagwort Partizipation, Mitbestimmung im Sinne wissenschaftlicher Prozesse. Sobald man so ein Stichwort bringt, da schrecken die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftsfunktionäre sofort zurück und sagen, das geht nicht. Das kann man nicht. Wie soll das denn aussehen, sagt dann ein Herr Strohschneider. Sollen jetzt künftig die Bürger bei uns in der DFG entscheiden, wer welche Projektförderung bekommt? Das kann nicht gehen. Was sagen Sie, und wir müssen gar nicht speziell über den Schwurschneider sprechen, aber was sagen Sie solchen Stimmen? Was kann Partizipation, was kann Partizipation nicht? Also man muss zunächst mal sagen, mit solchen Formen der Bürgerbeteiligung hat man ja etwa in den Niederlanden bei NWO und anderen schon experimentiert. Schon nach einem halben Jahr tritt ein solcher Ermüdungseffekt für die dann ja nicht Fachpersonen in solchen Gremien ein, weil sie einfach nicht wirklich mitreden können. Wir haben ja auch als Volksveranstaltung damit experimentiert, bei Gutachtersitzungen zu einem Themenfeld, wo wir gedacht haben, Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaforschung. Da sind auch viele gekommen. Aber sie haben dann gemerkt, dass der Diskurs zwischen den Gutachterinnen und Gutachtern und den Antragstellerinnen und Antragstellern auf einem Niveau stattfindet, wo sie mit ihren eher banaleren oder gefühlt banaleren Fragen gekommen wären, dass das nicht irgendwie passt. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns da auch wirklich nochmal neu aufstellen. Wir müssen uns überlegen, wo kann Partizipation und Transparenz sinnvoll sein? Und ich habe ja die entsprechende Fachgruppe beim Hightech-Forum geleitet und bin dort genau dem Argument, auch kann man ja vielleicht hier ruhig sagen, seitens der Max-Bankgesellschaft begegnet, um Gottes Willen, jetzt sollen irgendwelche Laien mitbestimmen, was an welchem Max-Blanck-Institut geforscht wird. Ich glaube, das ist nicht der wesentliche Punkt, um den es geht. Und es ist auch nicht möglich. Ist das ein Totschlagargument, was Sie bringen, obwohl es besser ist, vielleicht sogar? Naja, passen Sie auf. Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem, wo geht es um erkenntnisorientierte Grundlagenforschung mit neuesten Methoden überhaupt etwas herauszufinden. Da kann kein Laie wirklich mitreden. Oder wenn Mathematiker neue Modelle entwickeln, dann müssen sie die erstmal entwickeln, würde ich sagen. Und deshalb ist es auch so wichtig, diesen Freiraum zu belassen. Aber was ganz entscheidend ist, ist, wenn ich in Richtung großer Programme, in Richtung von Institutsgründungen im angewandten Forschungsbereich gehe, das BMBF ist natürlich ein Hauptadressat dafür. Die DFG in Teilen wäre auch ein denkbarer Adressat. Wo kann Bürger sich auch einbringen mit Blick auf die entsprechenden Ziel- und Wertvorstellungen? Ja, gerade im Gesundheitsprogramm der Bundesregierung oder im Umweltprogramm, Energieforschungsprogramm ist ja damit auch bereits experimentiert worden. Man muss nur sehen, es ist ein riesen Lernprozess, der dort erst einmal stattfinden muss, weil niemand es gewohnt ist, dass die anderen Akteure tatsächlich auch was zu sagen haben. Und natürlich auch, wenn sie sich schon beteiligen, auch gehört werden wollen. Man hat ja das vielfach so gestaltet, dass man die zwar alle angehört hat, bei der Energiewende etwa, da gibt es ja auch einen entsprechend kritischen Bericht, aber man hat anschließend sich gesagt, schön, dass wir mal darüber geredet haben, aber wir machen sowieso das, was wir vorhatten. Und wenn das so läuft, diskreditiert man natürlich genau diese Partizipationsmöglichkeiten gleich wieder, sodass dann am Ende Frustration vorherrscht. Ich glaube, dass wir auch hier vor einem großen Wandel stehen, höchstwahrscheinlich getrieben durch die Gesundheitsforschung, weil über Smartphones, über höchstwahrscheinlich bald auch Artificial Intelligence, Leute nochmal ganz anders mit ihren Erfahrungen mit Krankheit und Gesundheit zu Wort kommen werden und dass das Herrschaftswissen, was eine richtige Therapie ist, was die Umstände in den Therapien passieren, sich jetzt höchstwahrscheinlich auflösen werden, sodass man sehen kann, wie in einem uns sehr nahestehenden Bereich, nämlich unserem guten Leben, Gesellschaft und exzellente Wissenschaft gemeinsam etwas Besseres für den Menschen erwirken können. Aber das ist für viele Wissenschaftler ein Schreckensszenario. Ich glaube das nicht mehr, weil wann hat Nixon den Kampf gegen den Krebs ausgerufen? 71, 72, der ist bis heute nicht besiegt. Die glauben doch auch nicht mehr an ihre eigenen Heilsmythen, die Wissenschaftler. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich auch Zeit wird, sich da anders dran zu setzen. Und die Beteiligung, wie Herr Kohl schon sagt, von Bürgern, Citizen Science, an aktiven, angewandten Projekten, macht den Wissenschaftlern, wenn die richtig aufgesetzt sind, Spaß. Das hilft auch den Wissenschaftlern nochmal anders über ihre Fragestellungen nachzudenken und auch über ihr eigenes Tun, sich selber nochmal anders als Bürger zu verorten. Das ist ein Geben und Nehmen, wenn das als Prozess richtig organisiert wird. Und wenn es schlecht, das ist doch wie alles im Leben, wenn es schlecht organisiert ist, geht es am Ende allen schlecht. Wenn es gut organisiert ist, haben am Ende alle gewonnen. Und das müssen wir üben, da müssen wir experimentieren und da müssen wir auch Geld reinstecken. Deswegen zum Beispiel auch beim BMBF gut gemacht, dass die da jetzt Geld reinstecken. Das ist Risikoinvestment. Das kann sein, dass 50 Prozent der Projekte den Bach runtergehen. Das würde ich dann aber als Erfolg sehen und sagen, jetzt lernen wir daraus und machen es weiter, anstatt zu dann sagen, das ganze Ding ist diskreditiert. Da muss man ein bisschen offener, lockerer sein. Wir brauchen Experimente mit Public Engagement. Ich glaube, zwei Dinge sind ganz zentral. Das eine ist ein Grundvertrauen in das Funktionieren von solchen Kommunikationskontexten. Und das Zweite ist natürlich wirklich die gegenseitige Lernbereitschaft. Überhaupt sozusagen sich auch in dem Prozess noch einmal verändern und neu aufstellen können. Und genau da werden ja einige dieser Projekte ansetzen. Und ich bin sehr gespannt, was in zwei, drei Jahren man tatsächlich wird feststellen können, was ist diesem relativ gesehen kleinen Budget in Relation zu den Milliarden, die für das Gesamtprogramm zur Verfügung stehen, dann entsteht. Und wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, Stichwort Digitalität, dass auch ganz neue Formen von Mitreden möglich werden. Ich selber habe ja in Brüssel eine Kommission geleitet, bei der wir das erste Mal, das war auch für mich neu, weil bis dahin Kommissionen Anhörungen gemacht haben, wie man das traditionell ja auch vom Wissenschaftsrat oder von anderen Gremien in Deutschland gewohnt ist. Und dann gibt dieses Expertengremium eine Empfehlung ab. Hier hat das Expertengremium getagt. Dann wurden die Zwischenergebnisse ins Netz gestellt. Unter dem sogenannten E-Consultation-Process wurde das dann sozusagen auch wirklich europaweit für bestimmte Zeitfenster geöffnet. Und natürlich war dann auch erkennbar, dass es hier und da Lobbygruppen gab, die ganz bestimmte Sachen immer wieder reingefüttert haben. Aber damit kann man ja umgehen. Man kann ja deutlich machen, Leute, einmal ist gut, wird auch sicher mit berücksichtigt. Aber jetzt das sozusagen zum Thema Nummer eins hochzujagen, bloß wenn man entsprechende Gruppen organisieren kann, kann nicht sein. Wir müssen auch mit solchen Formen sozusagen erst einmal vertraut werden und erst einmal, sagen wir mal, auch wirklich experimentieren. Also jetzt gleich zu sagen, ich weiß, wie es geht in gerade solchen digitalen Podien und Foren, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und ein anderes Beispiel, genau in die Richtung, hast du ja eben gerade angesprochen, ist die Sache Open Science in der EU. Es hat eine dreijährige Konsultation gegeben und dann hat die EU etwas sehr Kluges meiner Ansicht nach gemacht. Die hat gesagt, es gibt in Europa, und das hat auch die Konsultation bereits dann gezeigt, es gibt in Europa und weltweit eine Citizen Science Bewegung. Es gibt in Europa und weltweit eine Open Access Bewegung. Es gibt eine Bewegung, die digitale Infrastrukturen schaffen will. Und anstatt die Weiden Konker zu machen, haben die gesagt, was würde denn passieren, wenn wir all diese Strömungen, die sich überlegen wollen, wie ein neues Wissenschaftssystem in zehn Jahren aussehen kann, zusammenbringen. Zusammen mit denen, die jetzt das Wissenschaftssystem betreuen, also die Forschungsorganisationen, die Geldgeber, aber auch die, die Veränderung wollen. Und wir lassen die mal miteinander diskutieren und politikrelevante Vorschläge machen. Und das ist OSPP, das ist die Gruppe, die ich derzeit leite. Und das ist ein hervorragendes Experiment, wo jetzt auch wirklich schon direkt mit der Politik sauber kommuniziert werden kann. Ich habe noch zwei Punkte. Der eine Punkt ist, wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass die Wissenschaft es irgendwie versteht. Die Wissenschaft versteht, wir müssen etwas tun, wir sind zu weit abgekoppelt von der Gesellschaft. Und sie fängt an zu handeln. Ist es okay, wenn sie das nur tut, um sich selber in Sicherheit zu bringen? Oder wäre es nicht schöner, wenn es höhere ethische Motive gäbe als den Selbstschutz? Reicht Ihnen das als Argument? Mir ist das vollkommen egal, aus welchem Grund die Wissenschaft sich dafür entscheidet, substanzielle Ressourcen in Zeit und Geld in Dialog und Partizipationsprozesse reinzustecken. Besser bei Lebenswille ist es okay. Weil nämlich durch das Tun es am Ende zu einer Veränderung des Bewusstseins der Wissenschaft als solches kommt. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass hier normativ eingegriffen werden sollte, dass man einfach der Wissenschaft sagen muss, ab jetzt werden 10 Prozent der Mittel für Wissenschaftskommunikation ausgegeben. An jeder Uni muss es ein Team von Community Scientists und so weiter und so fort geben. Da wird sich die Wissenschaft gegen sträuben und in fünf Jahren ist das die neue Normalität. Und alle freuen sich, weil es schon immer so gewesen ist. Ich glaube nicht, dass es völlig beliebig ist, aus welchen Motiven heraus man etwas tut. Wenn nämlich das Publikum oder in diesem Falle die Öffentlichkeit merkt, dass sie nur instrumentalisiert werden soll, dann geht sowas schief. Also es muss schon auch ein wirkliches Interesse auf der Seite der Wissenschaftskommunikatoren da sein. Und da bin ich relativ optimistisch, dass es doch eine ganze Menge Personen gibt, die mittlerweile sehen, dass das auch Teil ihrer eigenen Identität sein kann. Nicht nur eben schlaue Papers zu veröffentlichen, sondern auch sich in einer Öffentlichkeit zu bewegen. Wir müssen nur, siehe eingangs auch, daran was ändern, ob so etwas nicht auch sozusagen wirklich zu den Incentives gehört, die man als Leitung eines Forschungsinstituts oder als Universitätsleitung auch tatsächlich setzen muss. Und das setzt aber voraus, dass ich selber als Leitungsperson Position beziehe. Und nicht sage, ich habe doch hier meine indikatorgesteuerten Mittelvergabesysteme, die laufen doch wunderbar, habe keinen Streit und alles läuft klasse. Sondern ich muss selber sozusagen von dem Akzent her, den Sie eingangs auch für sich als Leitungsaufgabe, Herr Vogel, thematisiert haben, und sagen, das ist mir auch für diese Institution wichtig. Egal, ob das nächste Gutachtergremium sagt, da macht ihr zu viel. Das sind einfach so Gewichtsverschiebungen, die, glaube ich, wirklich qualitativ ausgehandelt werden müssen und die nicht quantitativ entschieden werden können. Ich habe gleich noch eine abschließende Frage, was Sie sich von der neuen Bundesregierung wünschen, um an der Stelle auch die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken nochmal. Wir haben über viele Teilaspekte schon gesprochen, aber das nochmal auf den Punkt zu bringen. Aber ich würde vorher gerne noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt über die Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft gesprochen. Welche Verantwortung trägt denn umgekehrt die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger für die Wissenschaft? Und zwar nicht jetzt im platten Sinne von, die sollen die Steuern zahlen, sondern von ihrem Verhalten als Bürgerin und Bürger als Teil der Gesellschaft, Herr Kröger. Na ja, ich denke, jeder Bürger, jede Bürgerin muss natürlich für sich selbst erst einmal realisieren, welchen Stellenwert Wissenschaft und Forschung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft haben. Und das entsteht nicht von alleine. Da sind die Medien gefragt und die Wissenschaftsjournalisten, aber eben auch die Forscherinnen und Forscher selbst, die bisher eben eher sagen, das delegieren wir mal irgendwo hin. Und ansonsten glaube ich schon, dass mittlerweile bei vielen Menschen das Bewusstsein da ist, ganz besonders natürlich in den offensichtlichen Feldern wie Medizin oder Umweltfragen, dass die Forschung hier ein ganz zentrales Momentum ist. Nur, wir haben ja auch andere Felder, wo sehr viele Ängste im Spiel sind. Wir haben eben schon ganz kurz gestreift Artificial Intelligence, die Fragen, die sich sozusagen mit dem Schlagwort Digital Intuition verbinden. Also alles das, was sozusagen an neuen Entwicklungen im digitalen Raum auf uns zukommt, wo einfach auch mit den Bürgerinnen und Bürgern eine Debatte über eine lebenswerte Zukunft erforderlich ist. Und die muss ich als Forscherinnen und Forscher heute früher führen, als ich das vielleicht noch vor zehn oder 15 Jahren tun konnte. Und wenn ich da nicht sowohl sozusagen die traditionellen Medien wie auch die sozialen Medien mitbedenke, dann habe ich eigentlich schon halb verloren. Was müssen die Bürgerinnen und Bürger tun? Wir leben in einer Demokratie. Das heißt, alle vier Jahre oder nächste Woche werden wir gebeten, Abstimmung, ein Urteil zu geben. Viele der Entscheidungen, die dann in unserem Namen im Bundestag passieren, haben einen wissenschaftlichen, einen technischen Zusammenhang und Hintergrund. Das heißt, wenn man den Wohlstand und das angenehme Leben in einer wissenschafts- und technischen Gesellschaft als Bürger wahrnehmen will, muss man sich auch wissenschaftlich und technisch mitbilden, weiterbilden. Das ganze Leben lang, weil man ja Teil der Entscheidungsmaschinerie ist. Aber daraus muss ein Zusammenspiel entstehen. Wir haben hier den Bürger, der sich wissenschaftlich weiterbilden muss. Wir haben das Parlament, was den Wissenschaftlern Geld gibt. Das heißt, die Wissenschaftler haben damit meiner Ansicht nach eine Verantwortung, den Bürgern zu helfen, in Bezug auf ihr Verständnis und ihr Wissen Hilfe zu geben, um sich scientifically literate weiterzuentwickeln. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Fantasien, die die Wissenschaftler haben, sondern Rezipienten bezogen. Das wäre der Kreislauf, der geschaffen werden muss. Und der würde uns, ich glaube, dass ein wissenschaftliches Verständnis der breiten Bevölkerung unumgänglich ist, um Demokratie mittelfristig zu erhalten. Das ist dann die Herausforderung an den mündigen Bürger. Aber es sind nicht nur die Museen oder sozusagen die entsprechenden Vermittlungsinstanzen, Science Centers und Ähnliches, sondern es geht eigentlich schon mit Schule und Hochschule selbst los, wo aus meiner Sicht es ganz wichtig ist, dass neben der Vermittlung von Informationen und von Spezialkenntnissen tatsächlich so etwas wie Überblickskompetenz und Urteilsfähigkeit herangebildet wird. Und da haben wir nach meinem Eindruck in der Schule, aber auch zum großen Teil in der Universität riesige Defizite, dass sozusagen alles darauf ausgelegt ist, im Grunde den Spezialisten für diesen oder jenen Bereich heranzubilden, ohne dass dieser oder jene auch tatsächlich urteilsfähig wäre in anderen allgemeineren Entwicklungslinien unserer Gesellschaft. Zum Schluss nochmal ganz kurz Wünsche an die neue Bundesregierung, um diesen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken und vielleicht auch ein Stück weit die besprochenen Rahmenbedingungen zu ändern, Herr Kröp. Also ich denke, dass in der jetzigen Legislaturperiode mit dem Hightech-Forum schon so ein Versuch gemacht wurde, erstmals neben einem Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik auch die Zivilgesellschaft mit einigen Organisationen einzubinden. Das ist durchaus noch mit einer gewissen Taghaftigkeit und auch mit einer gewissen Vorsicht geschehen. Ich denke, dass man das aber als Ansatzpunkt nehmen kann, um wesentlich breiter und, wie eben ja auch schon angesprochen, mit Blick auf die großen Regierungsprogramme wesentlich offener zu verhandeln und auch die Vorlaufprozesse vielleicht nochmal einem zu überdenken und neu zu gestalten und dann natürlich auch klar Anreize zu setzen dafür, dass man seitens der Bundesregierung gerade diese Dialoge über das, wie wir künftig leben wollen, nicht nur so ganz allgemein, was stellen wir uns sozial und gesundheitspolitisch vor, sondern auch, wie wollen wir die entsprechenden Forschungs- und Technologieprozesse gestalten, dass wir da ansetzen können, sehr viel früher auch in einen Dialog, der sehr viel breiter angelegt sein kann, der auch in verschiedensten digitalen Foren geführt werden kann und damit natürlich insbesondere auch die junge Generation in ganz anderer Weise beteiligen können, als das bisher der Fall war, wo im Wesentlichen gesagt wird, das läuft in Berlin, das geht mich eigentlich nichts an. Und da müssen wir rauskommen aus dieser Situation. Nicht nur Washington Post-Journalisten haben die Maxime, follow the money, das machen Wissenschaftler auch. Das heißt, von der neuen Bundesregierung wünsche ich mir, dass ein substanzieller Betrag, wir können mal mit ein bis zwei Prozent des gesamten Wissenschaftsetats anfangen, dazu benutzt wird, um Strukturen, sowohl in der digitalen Infrastruktur wie auch in zum Beispiel so etwas wie Schools of Public Engagement geschaffen werden, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die neuen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir heranziehen, aber auch vielleicht etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lernen, diskutieren und experimentieren können, was Möglichkeiten, Herausforderungen und Chancen von Wissenschaftskommunikation im 21. Jahrhundert für den Technologie- und Wissenschaftsstandort Deutschland bedeutet. Und dann in der nächsten Legislaturperiode substanzielle Mittel, viel mehr als in der ersten dann, um diese Experimente durchzuführen, sodass in zehn Jahren für jeden deutschen Wissenschaftler, für jede deutsche Wissenschaftlerin, Wissenschaftskommunikation zehn Prozent ihrer Zeit ganz selbstverständlich sind. Dafür müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden. Man muss noch Träume haben und Ziele haben. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Frage Vielen Dank.